Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall mit mir, der Steffi. Unsere Begleiter sind diesmal Siora Kurt und wir haben diesen Startbildschirm jetzt, weil wir in der letzten Folge jemanden befreit haben, obwohl wir glaube ich erst hätten woanders hin sollen. Und dem müssen wir folgen. Ihr müssen wir folgen. Und ja, deshalb habe ich hier diesen Bildschirm, den Pausebildschirm hier gerade. Und um das kurz zu sagen, wir suchen den Hochkönig, denn der Hochkönig hat unseren Vetter, den Gouverneur, entführt, will ich jetzt mal so sagen. Zumindest glauben wir das. Und die Frau, die uns dort jetzt zu dieser Höhle des Wissens, also in der Höhle des Wissens wollen, wir gucken, ob wir dann den Aufenthaltsort dieses Hochkönigs erfahren, um halt eben unseren Cousin zu befreien. Und ja, dazu müssen wir der Frau in die Höhle des Wissens folgen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst. Wenn nicht, guckt euch einfach so die letzte Folge oder die letzten zwei an, dann wisst ihr es ungefähr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt gespeichert habe. Habe ich dann jetzt und wir haben, ja, wir gehen jetzt hinterher. Da läuft sie auch schon. Wir leben alle noch, weil wir sie, weil wir das anders geregelt haben als im Kampf. Genau. Jetzt folgen wir zur Höhle des Wissens. Dann mal schauen, wohin sie uns führt. Aha. Aha, okay, okay. Da waren wir nämlich das letzte Mal auch noch nicht. Ist aber nicht sehr gesprächig, ne? Krass. Was mag uns hier erwarten? Ja, hier ist wieder etwas, wo wir was drauflegen müssen. Hier ist die Entrance to the Cavern of Knowledge. Ich hoffe, dass Vinbar hat eine clue, wo er ging. Something ich kann nachdenken. Ist es dein Wiss, um ihn zu joinen? Er ist mein Munundanem. Das bedeutet, derjenige, der mit meinem Geist in deinem Sprach. Wir müssen uns wiederholen. Ich verstehe. Aber warum protect die Entrance to the Cavern at the risk of your own life? The Caverns of Knowledge are truly sacred places. Only the Donegada have the right to enter. Aber du bist ein Donegad. Ist das richtig? Ich bin nicht. Aber ich muss in spite of alles. Und seit du hast mir geholfen, du kannst auch in das Leben. Okay. Erkundi, die gehörenden vier von Batz. Ach, sie folgt uns. Ja, toll. Schick uns mal vor. Klar. Schlitz da oben. Wurzeln. Wieder ein Bild. Böle des... Achso. Wurzeln. 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 At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to Enon-Milfrichtemann. I hope only to have the time to bid him farewell. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. Ich gehe mal davon aus, dass sie... Also ich habe das im Gefühl jedenfalls, dass sie uns noch im Stich lassen wird, weil es ist ja ihr Held irgendwo, ne? Ich gehe mal davon aus. 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 Es ist alles um zu finden den richtigen Seid. Aber hier gibt es zwei, die sind unterschiedlich. Für einen, die flower motifs seem zu zeigen, welcher plant ist notwendig. Das ist möglich. Die Caverns der Wennung sind verwendet, um die Wennung der Dene-Gada zu entgegenwunden. Diese Bildung muss die Jüngeren darauf hinweisen, wie man den toren eigenen Ort anreffen. In diesem Fall sollte es keine Vorstellung der zweiten Konsequenze sein, so kann es auch Standing der gente nachlesen. Ja, es war nichts zum Mitnehmen, ne? Habe ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Aber die jungen Apprentissen müssen gehen. Und die Donnegade, die bereit sind, sich zu den Einmalen Früchtmen zu verabschieden. Sie erkennen den Ort, wo die Entrennung ist? Ich glaube so. Es sieht aus wie die Grotte, die in den Norden der Stadt liegt. Mit allem, was wir gelernt haben, von diesen Schildern zu studieren, wir sollten ihn finden, Finbar. Ich hoffe, dass er noch genug von ihm ist, um uns zu retten. Und dass Konstantin mit ihm ist. Und dass er noch alive ist. Wer ist Konstantin? Oder Sie denken, Sie suchen für Finbar? Ich suche sie beide. Ich hätte auch, dass Finbar helfen würde mich in der Sancturie von Dorhad-Genedu. Aber ich habe gelernt, von den Tierna-Hakkadakters, dass er mein cousin genommen hat. Der Tierna sagt Ihnen das? Und Sie suchen ihn zu retten? Nein. Nur um zu retten meine cousin zu retten und zu verstehen, warum. None of what you say makes sense. Why would Vinbar take your cousin? I... I don't understand. Wie... My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon. I have a feeling we shouldn't have let this woman leave on her own. Yeah. Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. Moment mal, wir sollten sie einholen. Hinter uns ist noch etwas unaufgedeckt. Aha. Ja, ja. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbar. Come, these caves often have several exits. Ah, okay, dann sind wir ja sowieso auf dem richtigen Weg. Äh, oh. Äh. Ja, hier ist ein Ausgang. Juhu. Ich finde den Pfad in den Bergen. Genau, wir gehen jetzt hier geradeaus oder hier rum. Da. Da. Zu diesem Dings, aber wir müssen dann, da ist noch ein Lagerbereich, wir müssen dann alles aufdecken hier. So Mist. Ja, tut mir leid, wir haben jetzt alles irgendwie diesmal ganz andersrum gemacht. Tut mir voll leid, aber ja, es ist, wie es ist. Ah, nicht hier irgendwo. Aha. Ne, das Lager kommt noch. Na, 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 wir haben, oh, da ist wieder das, diese Explosion. Super, wir müssen auf jeden Fall hier runterkommen. Hat sie das gemacht? Warte mal. Na, wir kommen da nicht durch, wir müssen da lang. Ach man, wir kämen, glaube ich, schon. Ja, haben wir super gemacht. Das sind nämlich explosive Pflanzen. Äh, ich hab keine Ahnung, wo wir langen müssen. Wenn ich die Karte schließe, dann bin ich wieder blind und weiß wieder nicht, ja, wo ich hin bin. So, da ist erstmal unser Lager. Wir sollten uns beeilen. War das dann eine gute Idee? Eigentlich nicht. Also, wir laufen jetzt den Weg hier weiter wieder entlang. Ganz unten und dann folgen wir da, wo wir noch nicht waren. Und da ist ja ein neuer Lagerbereich. Wir hätten erst ins Dorf gehen sollen. Aber gut. War das jetzt hier? Nein. Nein, weiter unten. Wir kommen ja gar nicht rüber. Also, sie hat hier keine Fallen mehr gelassen. Also, geht... Ach, braucht sie auch nicht. Also, geht sie davon aus... Naja, ging ja jetzt auch schnell. Es ging jetzt schnell. Ich sammle jetzt auch nicht mehr alles ein. Wir sind ja schon voll genug so viele, oder? Ja, bisschen geht zwar noch, aber... Oh, wartet mal. Ich seh grad was. Ja, die Sera ist das, ne? Genau. Mhm. 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 Schlafen die? Oder sind... Ja, die schlafen. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ich wollte grad sagen, also, Fallen, wenn sie uns keine Fallen mehr hinterlassen, dann denkt sie, dass sie es nicht geschafft haben. Da lang müssen wir ab jetzt. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Und hier hätten wir als erstes hin sollen. So, Mist. Da ist ein kleiner Fall... Oh, ein Lagerbereich. Den holen wir uns als erstes. Das holen wir uns als erstes, das Lager. Da geht's aber auch noch weiter. Da geht's dann auch noch weiter. Aber wir sollen ja erstmal nach hier oben, ne? Können wir hier rein und... Na, Moment mal. Hier hätten wir, wie gesagt, alles... Ah, hier, seht ihr? Hier hätten wir eigentlich hin sollen und zuerst fragen sollen, was und wie und überhaupt. Wo? Winbars Wohnsitz. Ja, guck mal sofort. So viel Zeit muss sein. Da geht's... Ah, meine Tastatur. Falsche Knöpfe gedrückt. Oh. 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 Oh, oh. Oh. wusste ich nicht dass es das hier sowas gibt naja ja ja hast recht irgendwo ist das haus von dem mega nicht ein höher und dann links wie gruselig die immer so rumstehen da hier irgendwo lang ist das haus hier ist das haus von ihm da brauchen wir glaube ich einen schlüssel und scheinlich hier hätten wir glaube ich vorher hinge muss und auch was untersuchen müssen und so so jetzt gehen wir hier links und dann haben wir hier noch reisen können wir nicht brauchen wir nicht ja 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 machen wir schnell ich sagte schnell dank so das war ja mal so eine speed kartenaufdeckung quest map oder so alles so speed mäßig ja also wir können heiltränke on mass herstellen und auch alles ist die leute brauchen weil wir haben ja jetzt den ach hier ist noch ein fähigkeiten alt war cool und hier kann man reisen das wollen wir aber nicht und da müssen wir gehen jetzt erst zu den fähigkeiten altar auch wenn wir uns das nicht viel nützt oder ich kann nicht gesehen dass ich da rein lauf gerade ich denke die ganze zeit nur ist hier eine höhle also geradeaus aber was ist denn hier wo haben wir guck mal ja wie geil was findet man okay ja das können wir jetzt gerade erst mal wie stärke glaube ich noch haben wir das gilt da haben wir das schon das gilt hier soll auch irgendwann weiß ja hier links und wieder hier ein fähigkeiten und da vorne geht es noch mal irgendwo hin da müssen wir auch hin wir sollten noch mal speichern und den fähigkeiten punkt und granaten zwei punkte fehlen uns dafür lassen wir es so lange gut das ist jetzt das letzte was wir auf dieser map zerledigen haben also folgen wir der guten dame in den berg da noch was da werden wir immer noch nicht alle briefe glaube ich oder da wird sich oh hey wir haben auch nicht mehr wir haben auch nicht mehr wir haben auch nicht mehr oh das war knapp so also weiter wir suchen unser unseren konstantin unseren guten jungen konstantin was ist hier da feldin feldin professor feldin sierra feldin diese kreaturen sind furchtbar als mein kamerad und ich versuchten eine mauer zu erklimmen griff uns eine dieser großen geflügelten bestien an sie schwang ein riesiges schwert und durchtrennte damit das seil das meine kameraden hielt meinen kameraden hielt vielleicht hätte ich es mit einer waffe verhindern können aber so konnte ich nur machtlos zusehen wie mein freund hinabstürzte verflucht sei diese expedition mhm 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 Was ist denn jetzt? Finde ist eine Spur. Lass uns mal einen Überblick verschaffen. Okay, hier geht es rum, aber auch runter. Ich sehe hier keine Spur gerade. Gehen erst mal oben rum, um uns einen Überblick zu verschaffen, oder? So, da geht es weiter. Was ist hier unten? Da unten ist was. Naja. Okay. Also wiederum. Da oben waren wir schon ganz richtig. Da kamen wir her, oder? Ja. Und hier ist noch irgendwie was. Erst mal nach oben. Nochmal. Was ist alles aufregend, oder? Was sagt ihr? Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier kämen wir in die Mitte, wenn unsere... Oh ja, geht, geht. Ach, hier kämen wir auch hoch, ne? Okay. Aber das ist nichts für... Kurt, oder? Ach, nö. Oh, was haben wir denn hier alles? Nee, hier. Zwei. Können wir Granaten werfen, Bomben können wir dann auch werfen. Ja. Hier. Okay. Gut, dann folgen wir jetzt dem... Dem Pfad weiter. Oh, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock jetzt. Oh Gott, ich hab doch keinen Bock. Oh Gott, ich hab doch keinen Bock. So, und da hab ich doch noch was übersehen, wusste ich doch. Aber ich bin grad voll in Gedanken, wir machen uns wieder einen Überblick, ja? Was... Ah, okay, wir gehen jetzt einfach mal irgendwie... Hier kommen wir lang, aber ins Wasser. Oh, wo kommen wir da lang? Wollen wir da lang? Oh ja, geht so noch irgendwie sehr enttäuschend. So, warte mal. Hier, das haben wir. Andere Seite. Hier hoch, und dann lieber hier eigentlich... Keine Ahnung. Hier kommen wir da raus. Da hoch kommen wir nicht. Wo kommen wir denn... Da hoch kommen wir. Wartet mal, ist das von hier außen? Nicht zu bringen los? Nee, nee, nee. Ja, hier können wir nicht hoch. Aber gehen wir da lang. Ich bin trotzdem einmal gucken. Naja, das war ja wohl mal... Nichts. Ne. Also, weiter geht's. Stopp. Hier geht's einmal hoch. Ich weiß nicht, wie rum wir müssen. Ich weiß nicht, wie rum wir müssen. Hallo. Hallo. Wow, sind wir gut. Wartet. Da geht's noch weiter. Ich befürchte, dass wir nochmal andersrum laufen gleich. Oha. Oha. Gegen den werden wir ja wohl nicht kämpfen müssen. Hallo. Also, also, also. Äh. Oh Gott, was bist du? Oh Gott, was bist du? Wow. Ein bisschen härter, die Gegner. Wir hätten auch da rum gehen können. Wir hätten auch da rum gehen können. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir werden bestimmt gefragt, ob wir die haben, den leichten Weg oder den schweren Weg genommen oder irgendwie sowas. Wir können dann nochmal hier zurückgehen, zumindest diesen Weg gehen, oder? Wenn wir da nochmal herkommen. Ich würde schon gerne sehen, wo wir da langgekommen werden. Vielleicht zählen ja dann die Erfahrungen. Oha, wartet mal. Da nicht. Ne, da habe ich mich vertan. Vielleicht zählen ja die Erfahrungen beider Wege. Aber ich gucke gerade auf die Uhr, so schön es auch ist. Machen wir das in der nächsten Folge. Ich habe gehofft, dass wir in dieser Folge das ganze Rätsel schon hätten lösen können. Leider war das nicht der Fall. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir es in der nächsten Folge schaffen, ihn zumindest zu finden und wissen, ob er denn noch lebt oder nicht. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.